Wiener Wald! Wiener Wald! Wiener Wald! Wiener Wald! Wiener Wald! Ja, ich glaube, das ist das Klammer hier. Ich bin auch in seinem Team, ob er was sagen wollen. Ja, Peter, komm! Herr Peter braucht euch! Wiener Wald! Wiener Wald! Wiener Wald! Und jetzt ist nur mehr das Mr. Tattoo und Peter Weid übrig. Der Söldner urlehrt. Es wird nichts aus dem Endeffekt. Wiener Wald! Wiener Wald! Wiener Wald! Wiener Wald! Und, dieser Klammer ist Peter Weid. Was sollen die Dinge nicht tun? Leider, er ist nicht der Grund, er hat nicht den Boden bei uns. Und seinerseits schafft es... Peter Weid hat gewonnen! Sieger dieser neuen Worte, Pico White! Und er steht auf dem Main Event des heutigen Abends und trifft auf seinen Tag Team Partner, Slash Power, um den RWA Schwergewichtschampion. Gratulation für Pico White! Pico White! Pico White! Pico White! Pico White!